Zu 3081, es sieht leider nicht gut aus und ich glaube, dass dieser Kollege immer noch nicht drin ist. Oder doch? Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich begrüße euch, ich bin der Lars und wir sind wieder ab Start, 2.30 Uhr am und wir werden hier total durchdrehen und versuchen, die endlich die Welt schärft, dort anzureißen, das bedeutet, wir möchten etwas Tolles machen. So, Server 30, wie gesagt, starten wir und dort geht es jetzt voll ab, die Scheiße ist voll am Dampfen und wir gucken mal hier auf Post, du wurdest angegriffen, hallo, bitte lesen im Video oder mir eine Post, zu viel Datumsgeräusch drüber, hallo, könntest du meinen Charakter bewerten, please, du bist super nice, du bist der beste Schleichs-Widget-Desplayer, den ich kenne, bitte bewerte meinen Charakter, bitte und wenn nicht im Video, dann bitte in der Post schreiben, was ich falsch mache, was ist denn bei dir los, mein Freund, du bist doch ein wunderbarer Krieger, ja, was machst du falsch, vielleicht hast du keinen Hut, das könnte eins sein, so, Hut kaufen, dann vielleicht werde ich dich dann, geilstes Spiel ever, Bestrang 2015, wer Drakensang online spielt, bitte bei mir melden und Skype-Name dazu schreiben, okay, alle hier mit eurem Drakensang, was ist denn bei Drakensang schon wieder los, ich lösche das mal, ich lösche das, ich lösche das und das lösche ich auch zwei Server, Noxitrox, Noxitrox, Entschuldigung, bestimmt Gildeninterns und so, deswegen ist es okay, wir schauen mal auf die Gilde, was ist hier los, da wird wieder sehr, 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 sehr viel reingeschrieben, mir ist es lieber, wenn alle Boni-Hopper gehen, ich habe lieber eine Gilde mit loyalen, aktiven Memmern, ja, Terra, das kann ich jetzt auch nur befürworten, die ganzen Gilden-Hopper gehen ein dermaßen auf die Eier, und da stimme ich auf jeden Fall Terra zu, Gilden-Hopper sind allgemein einfach nur abgefuckt, und ich habe sowas ja noch nie gemacht, nein, nein, könnte jeder machen, wie er gerne möchte, aber Gilden-Hopper sind halt nicht so gesehen und sind halt sehr, sehr oft in Shakes and Fidget, naja, naja, YouTube-Video synchron, was? Dein Tagebuch-1229-Video ist das gleiche Video wie von Tag 25 oder so, jedenfalls synchron mit den anderen Videos von dir, ähm, hab mich schon gewundert, was? Dein Tag-29-Video ist das gleiche Video wie von Tag 25? Äh, das muss ich jetzt mal nachschauen, Tag 29, das gleiche wie Tag 25? Wollt ihr mich trollen? Moment mal. Ich habe gerade nachgeschaut, das stimmt doch gar nicht, das Tag-29-Video ist nicht das gleiche wie 25, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber 29, 25, zwei unterschiedliche Videos, ich bin ja nicht bö, das Video, wo wir schon lange unter den Kommentaren stehen, wenn ich zwei mal die gleichen Videos hochlade, nein, nein, das stimmt nicht, da hast du dich scheinbar verguckt. So, ist die weiter in der Gilde rumgerage, rumgeschrien, rumdiskutiert, wie auch immer man das auch mal nennen möchte. Wir haben so viel Golf, hier noch ein bisschen alle zu spielen, ist aber nicht mehr viel, wir können normalerweise mal eben aufs Klo gucken, denn dort kann schon wieder was rein, am besten die Schuhe, ja, die Schuhe habe ich ausgetauscht, durch die Intelligenzschuhe, habt ihr vielleicht schon gesehen, deswegen können wir das jetzt hier verkaufen, oh, 703, ein Intelligenzstab, wie wir alle wissen, wir haben als nächstes einen Intelligenzgegner, das ist eine gute Spanne, wir könnten uns die kaufen, aber dann müssen wir wieder ein Epic weg, Moment, das war auch schon im Klo, ich dachte mir, ich kann was behalten, aber das noch ein bisschen dauert und wir keinen Platz mehr im Moment haben, muss ich jetzt das Epic hier verkaufen, war schon wie gesagt im Klo, das kann weg, dann werde ich mir auf jeden Fall mal das hier kaufen, den Seelenfresser, intelligenzmäßig, jetzt, wenn wir das anziehen, haben wir 3.335 Intelligenz, vielleicht noch ein weiteres Intelligenz-Item mal hier erblättern und dann könnten wir im Dungeon easygoing hier was umklatschen, da bin ich doch mal gespannt, mal eben noch ein Intelligenz-Item gucken, egal welches, Intelligenz, Intelligenz und Stärke, jawohl, das ist das, was wir brauchen, nein, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, Intelligenz braucht der Lars, er braucht die Intelligenz-Sachen, weil wir haben als nächstes zwei Intelligenzgegner, da wird es sich auf jeden Fall, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das ein krankes Ding, 900, oh, meine Fresse, was ist das für eine Spanne, natürlich jetzt verschwendet das Gold, aber guckt euch bitte diese Spanne an, 910er-Spanne, was zur Hölle geht hier ab, was zur Hölle, Leute, vielleicht reicht es sogar schon mit der Waffe, da können wir mal gucken, weil die Waffe macht einiges aus, wir finden auch nichts anderes mit Intelligenz, das gibt es ja gar nicht, nicht irgendein weiteres Item mit Intelligenz, 252 haben wir hier Handschuhe, 133er-Handschuhe, lassen wir es mal so offen, wenn wir es nicht schaffen, ziehen wir die vielleicht an, beziehungsweise kaufen die, wir gehen aber erstmal jetzt mal, das Gold behalten wir noch, oder, jetzt Gold behalten wir, und versuchen mal jetzt den Fernwäldler mit der Intelligenzwaffe mal schauen, ob das was werden kann, da bin ich ja mal gespannt, also wir fanden eine gute Spanne, hat richtig viel Intelligenz und müsste normalerweise alles vernichten, aber ich müsste auch mal anfangen, das wäre mal so eine Idee, die ich hätte, jaja, ich fang an, 3600, 3300, jaja, ist immer noch ein großer, großer Unterschied mit Intelligenz, ich hätte gerne genauso viel Intelligenz wie der Kollege, 252, da gibt es auf jeden Fall noch bessere Sachen, oder, 260 gibt es auch schon, man, 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 ich brauche noch bessere Intelligenz-Sachen, hier ist wieder Intelligenz, ich bekomme so viel Intelligenz-Sterbe jetzt hier, ne, im Waffenladen, 260, das ist wieder ein kleines Update, ja, lohnt sich das jetzt noch, 260, sind halt jetzt wieder ein bisschen mehr Intelligenz, komm, nehmen wir einfach mal, nehmen wir einfach mal, verkaufen das, jetzt hauen wir unser Gold aber richtig raus, vielleicht ist es dumm, vielleicht auch nicht, ich weiß es gerade nicht, vielleicht würde sich echt es mehr lohnen zu skillen, aber ich möchte gerne noch ein weiteres Intelligenz-Item haben, am besten eins auch mit 260 oder sowas in der Art, 260 ist gut, ja, 260 Intelligenz, eine Robe vielleicht, es kommt halt nichts, ne, das gibt es doch gar nicht, warum kommt hier nichts mit Intelligenz, Ausdauer, nur Sterbe mit Intelligenz, Glück, Intelligenz, Geschick, Ausdauer, 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 bitte ein Stat und nur Int, ein, 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 ach, komm jetzt schon, jetzt komm doch schon, ich kann nicht schon sagen, 260, schon wieder Schuhe, na toll, das ist das einzige Item, wo ich schon Intelligenz habe, das brauche ich doch nicht, man, 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 jetzt wieder Schuhe hier oder was, Handschuhe mit Glück brauche ich nicht, ein Hütchen mit Geschick, 260, da, 260, das ist natürlich das Geilste daran, ist, das ist mein bestes Epic und ich soll es jetzt austauschen durch ein Intelligenz-Item, was ich jetzt hier auch nicht, nur das beste Epic austauschen, na gut, die Robe ist auch mit gut, ziemlich gut und der gelbe Schwimmring des Nichtschwimmers ist halt ein gutes Item, na, ist ja wieder scheiße und wir müssen dann wieder ein weiteres Epic verkaufen, oh, es ist gerade wieder scheiße, was ich hier mache, wir verskillen das und machen das so, wir verskillen das und machen das so, mein Stuhl dreht mich gerade auf, so das Queecher nicht mehr, keine Ahnung, manchmal Queecher wie so ein Geisteskranker, genau wie jetzt, wenn die Aufnahme läuft, dann quietscht da, Stuhl halt die Fresse, Dankeschön, ich bewege mich einfach nicht mehr, aber ich bewege mich meistens immer, so, das haben wir gewonnen, wunderbar, ich würde sagen, jetzt machen wir es doch, wir machen die Skill-Taktik, müssen wir heute spenden in der Gilde, naja, natürlich spendenfrei, wunderbar, ist natürlich logisch, wir haben ja alles ausgebaut, die Skill-Intelligenz, das ist glaube ich das, was am sinnvollsten ist, wir hauen jetzt alles weg, scheißegal, dann schaffen wir ihn halt nicht, denn ich werde jetzt nicht unbedingt noch ein Item austauschen, weil dann müssen wir auch gewonnen, müssen wir halt, wir haben jetzt die Intelligenz-Waffe, weil dann müssen wir einen Epic wieder verkaufen, nicht vertauschen und müssen quasi, oder haben einen Epic weniger fürs Klo, was ich ein bisschen blöd finde, also müssen wir versuchen, ob wir den Kollegen so schaffen, wenn wir natürlich mal anfangen, wenn wir natürlich mal anfangen, mit der Waffe könnte er umgenascht werden, er könnte es aber nur, ich glaube, es fehlt ein Intelligenz-Item, was wir jetzt nicht besitzen, ich kann übrigens Alu weitermachen, ich habe noch ein bisschen, kann auf jeden Fall noch trinken, wie man sieht, 9, 10, 70 Alu habe ich noch zu spielen, was ist das denn? Oh, ein Stab, den brauche ich nicht, nehmen wir hier die kurze Quest, die ist auf jeden Fall besser, können wir dann eine neue annehmen, man muss halt immer das Verhältnis zwischen XP und Zeit ausrechnen und dann die Quest dazu annehmen, lassen wir doch einen guten Schreiber anfangen, einen guten, 185er Kollege hier, wir können ja mal Just for Fun einen Schreiber dem machen, bestimmt fällt er dann, nein, okay, immer diese Intelligenz-Gegner, Eiei, es sieht gerade nicht gut aus, 3600 zu 3300, 2200 zu 3180, es sieht leider nicht gut aus und ich glaube, dass dieser Kollege immer noch nicht drin ist, oder doch? Eiei, eiei, okay, er fällt doch, alles klar, der Stab kam weg, wunderbar, wow, hat er viel Gold gegeben, meine Fresse, so, jetzt haben wir die Mordmaschine und die Banshee als nächstes, natürlich ist die Banshee auch wieder Intelligenz, also schöne Intelligenz rein skillen, das ist immer gut und geschickt hier wieder skillen, ich skill gerne geschickt, weil die Kundis gehen mir auf den Sack, die Mordmaschine, natürlich schaffen wir sie nicht, sondern wir müssen erst die Intelligenz-Gegner umhauen, mit ein bisschen Glück können wir sie auch jetzt legen, aber ich glaube nicht, dass wir doch so viel Glück haben wie gerade eben, und sie fängt auch immer an, ne, guck mal, schon mal aufgefallen, oh, ich fang auch mal an, die hat schon 3720 Intelligenz, ist noch eine etwas höhere Nuss, beziehungsweise eine ähnliche kärigere Kollegin, ich gucke mir mal die Titten an, wie einfach mal da schon rausfallen, meine Fresse, immer diese Titten, mhm, Titten, oh, das war sogar ein guter Trial, hat sich, glaube ich, sogar angefangen bei dem Trial, oh, 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 lass mich doch mal anfangen, darf ich jetzt bitte anfangen? Dankeschön, das wäre doch ziemlich nice, das ist nice, es war wieder da, Hallöchen, Puppöchen, ah, der will nicht, oder sie will nicht, Entschuldigung, es ist ja eine junge, tote Dame, nur noch ein paar Tris, noch ein paar mehr vielleicht, und doch ein, lass mich bitte einen guten Try anfangen, einen guten, lass mich doch bitte anfangen, einen guten Try, ich möchte gerne einen guten Try anfangen, guten, bitte, ui, hätten wir da angefangen, wäre es wieder ziemlich knapp gewesen, aber, okay, gucken wir mal, sie macht wesentlich mehr Damage, wir müssen öfters kritten, und sie darf gar nicht kritten, wie man sieht, wenn sie krittelt, sind wir instant tot, also bitte nicht kritten, und bitte ich anfangen, Dankeschön, scheiße, jetzt von uns, guter von ihr, scheiße, 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 na, na, so wird das nichts, so wird das auf jeden Fall nichts, na, so wird es nichts, wie sie uns wegklappt, ohne Probleme, ja, hier, ein schöner Hit, noch ein schöner, nein, jetzt ein schöner, das reicht aber nicht, wenn jetzt ein schöner kommt, weil wir hätten davor noch ein schöner, beziehungsweise ein Crit machen, hätten müssen, dürfen, sollen, weil sonst wäre sie nicht gefallen, naja, beziehungsweise, dann wäre sie gefallen, die ist ja noch nicht gefallen, ne, machen wir noch ein, zwei, aber es sieht gerade nicht danach aus, dass wir sie leider legen, ein noch, ein noch, nein, knapp, aber es reicht leider nicht, dafür klatschen wir wieder mit dem Oktopus um, und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann diesen Part, ich werde weiterhin die Alu klicken, und wir sehen uns beim letzten Mal wieder vom Server 30 Tage Buch, natürlich denkt daran, zu bewerten, kommentieren, weiterzuland nicht mehr lasen, und ich sage mal wieder, dass ihr nice seid, also, tschüss, und ciao.